Ich freue mich sehr auf diesen Freitag die lange Nacht der Wissenschaften in Halle und auch wir vom Silbersalz Festival, eurem Festival für Wissenschaft und Medien, wir sind mit dabei. Kommt auf den Dankemann Platz, wo wir rund um das Thema Universum Filme zeigen. Wir starten am Nachmittag mit Trickfilmen für unser junges Publikum und enden dann am Abend mit einem wirklich fabelhaften Dokumentarfilm, mit dem wir gemeinsam zum Mars reisen werden. Ich freue mich.